Der ViewMedic LVC242, der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein medizinischer 42 Zoll Monitor. High-End-Industrie-Panels gewährleisten eine authentische Darstellung. Das werkseitig verfügbare DICOM-Preset garantiert in Verbindung mit der Helligkeitsstabilisierung eine zuverlässige und beständige Bildcharakteristik. Durch den IP65-Schutz ist das Gerät vollständig gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten geschützt. Damit eignet sich dieser 42 Zoll Großbildschirm besonders für medizinisch sensible Bereiche wie OP-Säle, Intensivstationen und Notaufnahmen. Weiterhin gewährleistet ein speziell entwickelter antimikrobieller Hygienelack sehr gute Hygiene-Eigenschaften und ist durch seine Mikrostruktur zudem besonders unempfindlich und kratzfest. Das Bedienen der Command Bar ist auch mit OP-Handschuhen möglich und erlaubt eine verschleißfreie Bedienung sowie den schnellen Zugriff auf Bildquellen und zuvor festgelegte Benutzerprofile. Mit der Bild-in-Bild-Funktion lassen sich zwei verschiedene Signalquellen gezielt ineinander einbinden oder gleichberechtigt nebeneinander darstellen. Der Einsatz verschiedener Videocontroller stellt je nach Anforderung und Einsatzgebiet die notwendigen analogen sowie digitalen PC- und Videoanschlüsse bereit. Besonders interessant ist die hygienische Integration eines ViewMedic KVM-Empfängers. Durch seinen Einsatz kann ein DVI-Signal über eine bis zu 100 Meter lange Cut-Leitung von einem abgelegenen PC am ViewMedic LVC242 dargestellt werden. Rein Medical. We make your e-health come alive.